Im Prinzip kein Basteln wie wir wollen. In Rapture City hatte ich ja eigentlich erst gedacht, hier unter der Baumplantage zu basteln. Aber da wäre ja irgendwie so alles press aufeinander, da hätte ich ganz ehrlich gesagt gar keine richtige Lust drauf. Weil das sieht dann alles so 0815 zusammengepresst aus. Aber wir haben doch eine richtige Welt, warum sollten wir es denn nicht nutzen? Weißt du, warum sollten wir da uns hier ewig mit Platzproblemen rumärgern? Muss ja nicht sein. Wir haben ja Platz, wir können ihn ja nutzen. So, jetzt haben wir zwei Höhlen direkt hintereinander. Es wird natürlich cool, wenn man dann mit Minenkarren durchfährt nachher und überall so ein Monster dann vorbeirauscht und alles. Dürfte ziemlich cool werden. Rapture City muss ich dann mal gucken, wie wir das richtig ausleuchten können dann alles. Wird eine ganze Menge an Ressourcen verbrauchen. Ich glaube Rapture City werden wir auch niemals fertigstellen, weil es immer irgendwas zu basteln gibt. Ich glaube ich werde es auch so machen, wie ich das vorhin gesagt habe, dass wir das einfach mal stückweise anfangen und dann immer Stück für Stück erweitern, ausbauen, ergänzen. Weil ganz ehrlich, das jetzt auf einmal dahin zu klatschen, das ist alleine fast unstemmbar. Da würde ich, keine Ahnung, ich glaube 100 Folgen oder noch länger sogar brauchen. Nur um das ganze Ding einmal zuzuschütten, dass kein Wasser mehr drin ist für die Baufläche. Das würde ich niemals fertig kriegen. Da könnte ich jede Folge eine Stunde schneiden, weil du müsstest dann, bis du einmal runtergetaucht bist. Gut, man kann sich überall mal Brücken bauen mit Unterwasser, Luftstationen und so Sachen, das geht alles. Aber, ne, ich meine, das ist nicht nur mal Taschen leer, da musst du ständig Erde holen, da musst du wieder der Erde klatschen gehen und alles. Und vor allem, du würdest dann 100 Folgen lang mal nichts anderes machen, wie hier Zeug aus dem Boden stampfen. Das kannst du über 100 Folgen verteilt machen. Ja, da machst du mal hier, ich meine, Minecraft ist ein Bauspiel, da machst du mal 5 Folgen lang und klöppelst du irgendwo nur Zeug zusammen. Aber du musst halt auch mal wieder was anderes machen. Ich meine, es heißt ja Minecraft und nicht, äh, schütter Erde auf. Ja, also, von daher sollte man gucken, dass man ein bisschen abwechselnd dann doch mit einbaut. Deswegen mache ich auch dieses Baustellen-Hüpfen die ganze Zeit. Dieses Baustellen-Hüppchen. Ne, ähm, diese Springerei von der Baustelle. Noch eine Höhle. Mit Lava? Warum ist hier hell? Hier ist keine... Achso, wegen unserer, fucker. Ah, cool, nächste Höhle. Vielleicht haben wir da ja Glück in der Spawn ja dann immer schön fleißig Monster drin. Hihi. Mal gucken. Wie weit haben wir es noch zur Pyramide? Oh, gar nicht mehr so weit. Sehr schön. Dann könnten wir es tatsächlich hier runter und da reinlaufen lassen. Wird da natürlich nicht spektakulär, weil er da keine 5000 Windungen und so Sachen hat. Aber es ist ja nur ein Verbindungsschacht. Ist ja rein nur ein Verbindungsweg. Ja, mit dem Glas wäre schon eine feine Sache gewesen, wenn das auf... Äh, wenn Schienen auf Glas gegangen wäre. Ja, aber leider... Ja. Gut, aber ist... Minecraft ist ja doch, muss man schon fairerweise sagen, sehr viel auf Logik aufgebaut. Gerade wenn du mal anguckst, wie du deine Werkzeuge craften kannst und so Sachen. Ähm, ich kann schon nachvollziehen, irgendwo, dass er das nicht einbauen, dass Maschinen auf Glas setzen kann, weil Glas kann ja nie im Leben so viel tragen. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, also von daher... Aber gut, okay. Schön wäre das auf jeden Fall gewesen. Da könntest du richtig geile Bauten aus dem Boden stampfen. Aber okay. Wir haben noch andere Chancen, andere Möglichkeiten, wie wir das Ganze basteln können. Werden wir einfach mal gucken, wie wir das zusammen klatschen dann. So... Ja, ein Stückchen haben wir noch zur Pyramide. Oh, das kriegen wir auch noch zusammen geklöppelt hier irgendwie. Vor allem wenn ich weiter anfange mit der Schaufel Steine rauszuhauen. Unterwegs haben wir jetzt noch einen Haufen Eisen und Kohle. Das werden wir dann später einsammeln. Kann man ja immer gebrauchen. Oh, ich sammle gar nichts mehr auf, weil ich voll bin hier. Warte mal, dann machen wir das mal. So, dann haue ich das Glas gerade noch mal rein. Ich habe das immer gerne ein bisschen geordnet. Erde lasse ich mal da unten. Haben wir jetzt viele Steine hier? Oh, wir haben viele Sachen hier. Ah, das haben wir noch mitgenommen. Okay. Die Kohleropfisch dann und Eisenopfisch dann alles später raus. Das können wir alles noch später mitnehmen. Äh, ja. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Eilt ja nicht. Achso, jetzt müssen wir dann mal gucken. Achso, ich müsste eh mal gucken, ob das die richtige Höhe überhaupt ist. Aber das könnten wir ja als Verbindungsgang in die Pyramide rein. Könnten wir ja von dort aus dann die Höhenunterschiede anpassen sollten, welche bestehen. Das weiß ich ja jetzt nicht. Äh, wenn wir dann noch Höhenunterschiede hätten, könnten wir das in die Pyramide direkt machen. Dann wäre der Gang unterwegs, ich sag mal linear dann. Wäre zwar ein bisschen, ja langweilig, nicht so spektakulär. Wobei, ich hab ja noch ein paar Ideen, was wir da unterwegs einbauen könnten. Äh, damit ein bisschen Abwechslung drin ist. Noch eine Höhe da? Ah ne. Ähm. Alter. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Alter. Alter. Das kommt davon, wenn man die Sounds ausstellt. Alter, bin ich jetzt erschrocken. Scheiße, ich krieg das nicht zugebaut. Hä? Warum ist da Lava drunter? Und vor allem, wo kommt die her? Okay, da ist noch nichts. Ich muss gucken, dass ich die irgendwie zugebaut krieg hier. Alter, bin ich jetzt erschrocken. Ach, dann. Das Problem ist, die Lava ist jetzt statisch. Dadurch habe ich nicht gesehen, dass sie sich bewegt. Oh, das wäre natürlich auch cool. Mit Glas durch den Lava-Fluss fahren. Zwischendurch dann mal so ein kleines Stückchen Glasdecker eingebaut. Und dann kannst du ja durch den Lava-Fluss, also hast du so Lava über dem Kopf. Das wäre natürlich cool. Das Problem ist, ich weiß ja jetzt nicht, wie groß ich den ganzen Tunnel mache. Wir müssen erstmal zurück zur Pyramide. Und gucken, auf was für eine Höhe wir da überhaupt müssten. Beziehungsweise wie breit der ganze Tunnel wäre. Also so wie wir den in der Pyramide angefangen haben, wollte ich den eigentlich komplett durchziehen. Bis nach Rapture City rein sogar. Wird zwar mega viel Arbeit, allein den Verbindungsgang da zu bauen. Aber dann würde ich das lassen. Hier zum Beispiel würde ich dann überall Glas, komplette Glaswände reinziehen. Dass du hier dann immer schön zugucken kannst, wenn irgendwo Monster oder so rumlatschen. Die könnte ich ja dann durchs Glas nicht kriegen. Und die Creeper, bis die explodiert sind, bist du sowieso schon wieder 30 Meilen weiter. Ich müsste jetzt aber mal abzählen, wie groß der ist. Wie hoch, wie breit, wie lang, wie quer und warum und überhaupt. Das müsste ich jetzt erstmal gucken. Jetzt flutet es hier zwar kurz, ist aber nicht das Problem. Hier fehlt Glas. Dann müssen wir erstmal zurück zur Pyramide und mal gucken, wie groß das ganze Ding überhaupt wird. Wie groß, wie breit der ganze Tunnel ist. Dann könnte ich nämlich unter Umständen den Lavasee gleich einpassen. So, jetzt habe ich... Achso, ne, das stimmt ja nicht. Warte mal, dann können wir mal wegmachen. Dann machen wir hier mal Rapture City. So. So, okay. Dann machen wir da hier mal. My home is my castle. Mir fällt jetzt gerade nichts Blöderes ein. Deswegen machen wir das mal dahin. So. Einfach nur, dass ich weiß, wo wir da lang müssen. Dann müssen wir mal gucken, den restlichen Sand noch rin klatschen. In den Ofen packen. Da wir noch ein bisschen Glas brennen können. Dann müssen wir gucken, wie breit wir den Tunnel machen. Und auch auf was für eine Höhe, der dann jetzt letztendlich sitzt. Wie wir das ganze hier umzwiebeln können. Weiß ich alles noch nicht so genau. Das müssen wir auch noch umbauen. Wobei, eigentlich können wir es ja lassen. Hm. Es läuft ja nicht ganz spitz zu. Es soll ja auch nur so ein kleines Rapture-Fenster werden. Ähm... Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze umklatschen hier. So, unsere schöne Pyramide, wo der liebe Lolan 1991 gemeint hat, Ähm... Ich hätte mir das komplett ercheatet mit der Pyramide. Ich kann mit ruhigem Gewissen und froh und stolz das behaupten. Nein, ich habe mir da gar nichts ercheatet. Das kann ich mit ruhigem Gewissen behaupten. Ach du Scheiße, wir sind immer auf einer 59er Höhe. Okay, ist aber... Ist eigentlich kein Problem. Den Höhenunterschied können wir ja anpassen. Das weiß ich gar nicht. Kann man auf Treppenschienen bauen? Ne, ne? Müssten wir dann... Ach, auf Half Slaps geht das auch nicht. Huch! Verdammt. Ich habe mir die Treppe weggekloppt. Wollte ich gar nicht. Hin damit und weg damit. So. Mit einem Creative Mode. Ähm... Ist natürlich doof jetzt. Ich kann mal gucken, wie kann man das am dümmsten machen. Ich will jetzt gerade mal das ausprobieren kurz. So. Na. So, gerade mal gucken wegen Schienen. Das wäre dann so, so, so. So. Die verbinden sich dann. Okay. Ist halt blöd, weil die hat einen Hohlhast. Das sieht dann halt doof aus. Ich meine mit dem Minenkarren. Mit dem Kienkarren natürlich. Mit dem Minenkarren. Das würde funktionieren. Es sieht dann aber blöd aus, weil dann halt immer unten drunter leer ist. Was ist natürlich aber auch nicht so mega tragisch wäre. Weil. Ähm... Das würde dann einfach hier anfangen. Und nach ein paar Blöcken direkt dann noch 10 Ebenen runter gehen. 10 waren das, ne? Drüben sind wir auf 49. Okay. Gut. Dann würden wir da einfach noch 10 Ebenen runter gehen. Und hier anfangen. Allerdings muss ich dann noch gucken, wie ich hier so einen kleinen Bahnsteig drin klöppe. Respektive würde ich das dann direkt hier anfangen lassen. Da könnte man hier die Wand nämlich schön weiter führen. In die Richtung können wir dann auch noch was kloppen. Da würde ich nämlich noch so... Ähm... Aus Schnee sowas. Irgendwas ganz kleines reinbauen. Gerade so ein kleines Fitschen oder so. Aus Schneeblöcken. Eis können wir ja leider nicht selbst craften. Das könnte man dann nur mittels Behutsamkeitsspitzhacke raushauen. Müsste aber mal noch gucken, wie wir das umsetzen. So... Der Tunnel sitzt ja... Äh... Warte mal, wie haben wir den Graben? So... Und dann ungefähr da in die Richtung etwa. Das heißt... Ja, von der Richtung würde es passen. Da müssen wir dann nur gucken, dass wir uns irgendwo in der Mitte dann treffen auch. Ähm... Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht und neun mit der Wand. Okay... Acht und neun mit der Wand. Wäre ja schon ziemlich breit dann... Aber gut, hier würde ich dann im Prinzip genauso bauen auch mit... Zwei Schienen, eine für hin. Und wenn du dort bist, gerade einen Mindenkarren hingeklatscht und zurückgefahren. Da würde ich dann Dispenser noch füttern, die dann da fleißige Sachen rausspucken. Warte, was war da? Warte, weiter kommen dann... Müssen wir mal noch gucken, wie wir das machen hier. So... Die Reihe kann ich ja lassen. Und hier unten ja auch. Weil da ja Treppen hinkommen. Genau, ich muss ja dann nur das raushauen. So, dann kann ich gerade mal die Seitenwände machen. Äh... Warum habe ich denn nur eine? Achso, ich habe nur eine rausgehauen. Okay.